Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zum heutigen Rutschenspielplatz. Robin mit seiner wunderschönen Badehose stellt sich gleich neben die Leute und wartet auf den Wasserguss von oben. Der wird wahrscheinlich, wie man im Hintergrund solche Wolken sieht, auch bald natürlich kommen und da kippt der Eimer, der Eimer kippt und... Ja Robin, da wird nass gemacht. Das war aber lustig, 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 tralalala. Robin, wie haben sie das empfunden? Ist ja frischend, aber tut ein bisschen weh am Kopf, weil das Wasser ist. War das gut oder haben sie sich irgendwie bescheuert gefühlt mit der Badehose? Nö, echt nicht. Zieht ja keiner, ne? Achso, die Leute im Video sehen's glaub ich auch nicht. Ich geh ja nie meinen Hintern da irgendwie jemand anderen zu. Ne. Ich mach jetzt gleich noch einer. Das ist ja auch hier. Kommen Sie mal mit runter her. Ich komm mal mit runter. Ich muss nur mal das Video beenden. Also meine Damen und Herren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.